Ja, es ist natürlich erstmal ein kompletter Kontrollverlust, so im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann nicht mehr steuern, was man sagt und was man macht, zumindest zu einem gewissen Teil. Natürlich ist dann irgendwann auch diese Sorgen, okay, wie geht das jetzt? Ich studiere jetzt gerade, ich will Ärztin werden, ich will Bitches. Kann ich so überhaupt arbeiten? Fick dich. Gibt es manchmal so Situationen, in denen ihr gerne Menschen sowas an den Kopf werfen wollt, euch dann aber doch denkt, ach, vielleicht lasse ich es lieber sein. Wie geht es eigentlich Menschen, die unfreiwillig Schimpfwörter oder Fäkalsprache verwenden? So wie Stella Lingen, sie ist 26, angehende Ärztin und hat das Tourette-Syndrom. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Stella, wie geht es dir denn so? Mir geht es gut, danke. Und selbst? Bist du gut hergekommen? Ich bin super gut hergekommen, ja. Sehr entspannt alles. Der eine oder andere kriegt es schon mit. Du rufst hier ab und zu mal so. Sachen rein, das sind so Tics, die du hast, denn du leidest unter dem, oder du hast das Tourette-Syndrom. Sagst du überhaupt, ich leide darunter? Ich sage es jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass der Ausdruck falsch wäre. Kannst du dich mal ein bisschen kurz vorstellen? Ich habe Corona. Ja, ich bin Stella, ich habe aktuell, glaube ich, kein Corona. Ich bin 26 Jahre alt. Ich studiere noch Medizin. Ball. Beendet das Studium, voraussichtlich dieses Jahr. Und ich habe das Tourette-Syndrom. Also wenn du sagst, voraussichtlich dieses Jahr, dann ist das ja leicht untertrieben oder übertrieben, weil du hast in vier Wochen dein abschließendes Examen. Genau, genau. Toll, dass du es noch vorher hierher geschafft hast. Danach kommt jetzt eine dicke Lernphase auf dich zu. Ball. Koks. Und genau, also jetzt ab morgen geht es dann wieder an den Schreibtisch. Wir werden jetzt eine ganze Weile darüber sprechen, wie du lebst mit dem Tourette-Syndrom, wie das ist, wie auch für dein Umfeld und so weiter. Aber vielleicht klären wir es einmal vorab kurz. Nabil ist labil. Kurz, den Witz habe ich übrigens in der Schule oft gehört. Ah, siehst du noch. Und vielleicht gleich mal kurz vorab klären, was ist das eigentlich genau, das Tourette-Syndrom? Willst du es machen als angehende Ärztin? Soll ich es machen? Machen wir es zusammen? Also ganz klassisch gesagt, Tourette ist eine neuropsychiatrische Erkrankung. Das heißt, die findet im Kopf statt. Die meisten kennen das als, das sind die Leute, die Schimpfwörter rufen. Ist tatsächlich aber nur bei der Ball, Hitler. Bei 20 Prozent der Betroffenen in der Fall. Also das ist nicht das Kriterium für ein Tourette-Syndrom. Es ist halt das, was am meisten auffällt. Problem ist da eigentlich so ein bisschen die Verschaltung im Gehirn. Also es ist ein Teil, der nennt sich Basalgang-Lehrer. Ball. Da sind die Neurotransmitter, also die Botenstoffe. Da fehlt manchmal einfach so ein bisschen ein Filter. Und deswegen sagt man Dinge und macht man Dinge, die man eigentlich nicht sagen will und nicht beherrschen kann. Also ich kann das nicht unterbinden. Ich habe Corona. Ja, genau. Also es ist so ein bisschen der Filter für, was man sagen sollte und was nicht und was man sagen will und was nicht. Also du kannst es super erklären, wahrscheinlich, weil du es schon oft erklärt hast und hast dich auch beschäftigt mit deiner Erkrankung. Nein. Was ist Tourette? Genau. Also natürlich auch, wenn man gerade jetzt aus dem medizinischen Bereich kommt, findet man es ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene vielleicht interessant. Gar nicht nur als Patient, sondern eben auch als Mediziner dann. Gibt es so Situationen, wo das bei dir mehr ist und andere, wo es weniger ist? Fick dich. Nein. Ja, man kann grundsätzlich sagen, je mehr Aufmerksamkeit da ist, desto mehr sind die Tics auch da. Und je mehr Reize da sind, desto mehr Tics sind da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine zu Hause bin, habe ich so gut wie gar keine Tics. Wenn ich jetzt natürlich hier bin und es steht ein Mikrofon vor mir, am besten noch eine Kamera, dann sind die Tics auf jeden Fall deutlich, deutlich stärker. Einfach, weil es so viel mehr Informationsaufnahme auch ist. Ich fick dich. Die Erkrankung Tourette, die ist ja gar nicht mal so gut erforscht, obwohl es eigentlich viele Menschen betrifft. Also es sind zumindest nicht wenige Menschen. Du hast deine Diagnose mit 21 bekommen. Keine Diagnose durch die Hose. Und mit 21 ist relativ spät. Das sagen die Urologen. Wie bitte? Mit 21 ist relativ spät. Mit 21 ist sehr spät, eigentlich zu spät. Also ein Diagnosekriterium des Tourette-Syndroms ist, dass die ersten Tics vor dem 18. Lebensjahr anfangen. Klassischerweise so im Alter von sechs Jahren. Das hat die Diagnosestellung auch so ein bisschen erschwert. Allerdings kann man sagen, wie gesagt, das Problem ist eine Steuerung im Gehirn. Und das Gehirn ist so bis zum Mitte des 20. Lebens, bis zum Mitte der 20er noch nicht so wirklich ausgereift. Deswegen kann es also auch später noch in seltenen Fällen noch kommen. Viel ist ja nicht bekannt über das Tourette-Syndrom. Es gibt auch relativ wenig Forschung zu dem Thema. Was wisst ihr eigentlich über Tourette? Schreibt es uns gerne mal rein in die Kommentare. Was man weiß ist, die Tics, die kündigen sich an. Und ich habe Stella mal gefragt, wie das bei ihr so ist. Angefangen hat es bei mir eigentlich bis auf, dass es zu spät war. Also ich war 21. Ganz klassisch. Also mit leicht motorischen Tics. Also Bewegungen, die ich nicht machen wollte. Augen blinzeln, Augen rollen. Ich fick dich. Dann irgendwann auch Bewegungen des Arms. Da habe ich alles gesagt, so ja, es sind irgendwelche. Vielleicht stressbedingt. Tics haben super viele Leute erst mal. Aber nach einem halben Jahr kamen dann aber die ersten, ich fick dich, die ersten verbalen Tics dazu. Also ich habe dann gepfiffen, wo ich dann dachte, ah, okay, das ist jetzt schon etwas komischer. Und als dann im Oktober, 19 war das ja dann, glaube ich, das erste Wort dazu kam, das war Nein. Nein. Ja, dann habe ich gedacht, ah, okay, jetzt musst du doch mal langsam gucken, ob du nicht da doch mal zum Arzt gehst. Also so ganz am Anfang hast du erst mal, also wie war das für dich so zu bemerken? Ich fick dich. Ich habe jetzt so einen Tick plötzlich. Ich mache irgendwelche Bewegungen, die ich gar nicht machen will. Das fällt ja auf. Und was denkt man da am Anfang? Ich habe es am Anfang erst mal so ein bisschen als Muskelzuckung abgetan. Also es hat sich immer ein bisschen angefühlt, wie dieses, wenn man kurz vorm Einschlafen nochmal zusammenzuckt, weil man denkt, man fällt irgendwo runter. So ähnlich hat sich das angefühlt, würde ich sagen. Na, Ball. Und da dachte ich halt erst mal, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Als die ersten verbalen Tics dazu kamen, also die ersten Geräusche. Also das war halt schon komischer, wenn es nicht nur Bewegungen sind, die man macht, die man nicht machen will, sondern auch Geräusche oder sogar Worte und Wörter. Ich fick dich. Und was war so das Erste? Nein, war das Erste. Und was macht man dann, also wenn man bemerkt, plötzlich, also weil am Anfang denkt man ja wahrscheinlich noch gar nicht an Tourette. Na, ficken. Ja, genau. Also als die ersten verbalen Tics dazu kamen, waren auch so der Moment, wo ich, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, guck jetzt doch mal Richtung Tourette. Na. Also so viel lernt man jetzt auch im Studium nicht über das Krankheitsbild, aber es war mir natürlich ein Begriff. Ich fick dich. Du warst ja schon im Studium. Ich war schon im Studium. Aber noch relativ am Anfang. Genau, also kurz nach dem ersten Staatsexamen war ich da, glaube ich, gerade. Tourette ist jetzt nicht unbedingt das Erste, was man da durchnimmt im Studium. Nee, nee, genau. Aber du warst etwas spät dran mit der Diagnose. Also man sagt immer, das geht eigentlich früher los, aber 21. Du bist auch etwas spät dran. Und wenn man jetzt so, stimmt übrigens, ne? Also ich war wirklich ein bisschen spät dran mit manchen Dingen, aber das ist ein anderes Thema, was wir vielleicht später nochmal besprechen. Deswegen bist du urologe geworden. Später nochmal besprechen. Schweinsarzt. Stella. Ja. Du hast. Ich fick dich. Du hast dann eine ganz normale Kindheit gehabt, eine ganz normale Jugend? Ich hatte eine komplett normale, schöne Kindheit und Jugend, ja. Das heißt, es gab gar keine Anzeichen vorher? Nee, eigentlich nicht. Also mir wären jetzt keine aufgefallen und ich glaube meinen Eltern auch nicht. Das wären dir dann spätestens dann wieder eingefallen, als dann die Diagnose irgendwie ins Spiel kam. Das heißt, es kam im Prinzip aus dem Blauen heraus, aus heiterem Himmel auf dich zu? Nee, aus dem Grün. Ja, genau. Und was hat es mit dir gemacht, als es losging? Ja, es ist natürlich erstmal ein kompletter Kontrollverlust, so im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann nicht mehr steuern, was man sagt und was man macht, zumindest zu einem gewissen Teil. Natürlich ist dann irgendwann auch diese Sorgen, okay, wie geht das jetzt? Ich studiere jetzt gerade, ich will Ärztin werden. Ich will Bitches. Kann ich so überhaupt arbeiten? Oh, er will auch Bitches. Na. Das sind eher so die Sorgen, die man, also es war gar nicht, nie diese Sorge, ist das vielleicht irgendwas, was mein Leben bedroht in dem Sinne, aber eben dieses, wie ist das jetzt gesellschaftlich, wie kann ich damit weiterleben? Wie geht man eigentlich mit diesen Tics um, also im normalen Leben, wenn man jetzt nicht vielleicht... Schläge, Hexenverbrennung. ...im Radio sitzt oder so. Die kündigen sich ja auch ein bisschen vorher an. Ich habe sie im Radio gesehen. Egal, ob es motorisch oder vokal ist, die kündigen sich ja vorher an. Wie kann ich mir das vorstellen, dieses Vorgefühl? Was kündigt sich da an? Es ist wie so ein Druck, der sich aufbaut. Also man könnte es so ein bisschen wie ein Schluckauf oder so ein Niesen vergleichen. Man merkt so, okay, es kommt was und man merkt auch, wo es kommt. Also sind jetzt die Stimmbänder, sind es... Na, ich fick dich. Das ist irgendwie der Arm. Es ist wirklich nur wenige Millisekunden so eine Spannung, die sich aufbaut und die wird dann halt so unangenehm, dass die sich einmal entlädt. Und danach ist es auch deutlich angenehmer, wenn der Tick dann quasi raus ist. Wenn man den sehr lang unterdrückt, kommt der sowieso irgendwann raus, aber es ist auch ein sehr unangenehmes Gefühl. Viele wollen jetzt natürlich wissen, wenn diese verbalen Ticks kommen, ja, warum sind das denn jetzt immer Schimpfwörter? Warum kommt immer Fäkalsprache da raus? Fick dich, Fotze! Genau sowas. Gutes Beispiel. Warum? Weiß man das? Genau, warum was gesagt wird, weiß man nicht. Generell kann man sagen, die Schimpfwörter, also das nennt man Koprolalie, also das Ausstoßen von Schimpfwörtern, ist nur so bei 20 Prozent der Betroffenen der Fall. Ich fick dich! Es fällt natürlich mehr auf, deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen das Kardinalsymptom, auch wenn es das gar nicht ist. Ich sage ja auch Dinge wie Ball und Hitler, Kartoffel oder auch den Kollegen relativ häufig, warum man die Worte und Wörter sagt, die man sagt, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind teilweise Wörter, die einfach gut zu sagen sind, so wie Ball. Und manche sind es einfach genau das, was man eigentlich nicht sagen würde. In dem Moment sagt man, auch wenn es jetzt nicht so ein Gedankesystem, wo man denkt, ich muss das jetzt unterdrücken, ich darf jetzt nicht von Hitler oder so reden. Damit provoziert man einfach so ein bisschen. Also es ist natürlich nicht deine Gedankenwelt, Hitler und... Kartoffel. Kartoffel. Zum Beispiel, also wenn man jetzt an das Frontalhirn denkt und an die Basalgangnieren, das sind ja die Bereiche... Ich denke an nichts anderes. ...die Hemmen, also das sind eigentlich so verbotenes. Das, was man so eigentlich, wahrscheinlich schlummert es in uns allen, aber sage ich mal, wenn Basalgangnieren und Frontalkortex gut miteinander arbeiten, dann kann man das unterdrücken. Genau. Ist das so ein bisschen die Ursache? Aber so richtig gut erforscht ist es nicht. Nee, also das, ich sage mal, das Gute am Tourette-Syndrom ist ja, dass es so körperlich, somatisch gesehen nicht gefährlich ist. Also natürlich gibt es da ganz viele Komorbiditäten, psychischerseits, aber es schadet einem nicht und deswegen ist da, denke ich, der Forschungsmittelpunkt einfach noch nicht so drauf gewesen. Das hat sich jetzt aber auch geändert in den letzten Jahren. Ja, es gibt mehr Wahrnehmung, auch dank Menschen wie dir. Nein. Wenn wir jetzt darüber sprechen, also so dein Gegenüber, wie reagieren denn die Menschen? Was ist dir vor allem am liebsten? Also möchtest du lieber, dass man die Tics ignoriert? Gibt dir das ein besseres Gefühl oder dass man drauf eingeht oder drüber lacht? Was ist für dich am angenehmsten? Das ist immer, also am angenehmsten ist es für mich eigentlich, wenn man drauf reagiert und drüber lacht, um einfach mir zu signalisieren, ich habe jetzt wahrgenommen, das war ein Tic, das war nicht deine Meinung, das war jetzt nicht persönlich gemeint. Wobei man sagen muss, wenn man drauf reagiert, werden die Tics auch stärker. Sprich, wenn man nicht drauf reagiert, ist es für mich in dem Sinne angenehmer, dass die Tics auch manchmal ein bisschen runterfahren, aber es ist auch manchmal so ein bisschen wie so der Elefant im Raum und es macht es für mich manchmal auch ein bisschen unangenehm. Therapien, die du schon gemacht hast, also mit Sicherheit hast du irgendwelche Therapien gemacht. Was hast du, es gibt es Medikamente, die man einnehmen kann? Also generell kann man beim Tourette-Syndrom eben medikamentös oder auch so gesehen psychotherapeutisch drangehen. Es gibt so Therapeuten, die sind darauf spezialisiert, dass man halt lernt, die Tics umzuleiten, zu unterdrücken. Ich fick dich! Das ist dann Verhaltenstherapie im Grunde? Es ist letztendlich eine Verhaltenstherapie, genau. Medikamentös gibt es so wirklich was für das Tourette-Syndrom zugelassen. Ich fick dich! Nur eins, das Neuroleptikum und auch die anderen Medikamente sind alles sehr, sehr starke Medikamente, die halt zentral wirken, also im Kopf. Die habe ich auch, habe ich auch drei, vier Stück von genommen, musste ich ausprobieren. Die helfen, machen aber super müde, die sedieren eigentlich eher und deswegen bin ich davon relativ schnell weggegangen. Ich nehme jetzt seit vier, fünf Wochen ein Medikament auf Cannabis-Basis, also es ist ein Mundspray und... Ich fick dich! Wenn ich jetzt nicht gerade hier im Radio vor dem Mikrofon sitze, dann hilft mir das auch sehr, sehr gut. Jetzt hast du dich lange dafür eingesetzt, eine Therapie auf Cannabis-Basis zu bekommen. Da gibt es ja auch eine Legalisierung, die jetzt in der Öffentlichkeit viel diskutiert wird. Ja, geil! Machen wir Buberts klar! Was hilft dir das? Also rauchst du das? Nimmst du es in Ölform oder wie? Also ich bin Nichtraucherin, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das auch nicht rauchen muss. Ich nehme das als Mundspray, also das Medikament, was ich nehme, ist eigentlich für die Multiple Sklerose zugelassen. Warum genau Cannabis beim Tourette-Syndrom hilft, weiß man nicht. Man kann grob sagen, Cannabis hat ja zwei Wirkstoffe, also einmal CBD und einmal THC. Die wirken beide auf einen Teil des Gehirns, der sich präfrontalen Cortex nennt. Und der ist halt auch verbunden mit dem Teil des Gehirns, der vermutlich für das Tourette-Syndrom verantwortlich ist. Sprich, Cannabis wirkt indirekt dämpfend auf den Teil, der die Tics macht, kann man ganz grob sagen. Und das nehme ich auch so wahr. Also dass es deutlich weniger ist, so klassische Trigger, dass ich dann darauf nicht effektiv reagiere und einfach auch am Ende des Tages deutlich weniger erschöpft bin, weil ich weniger unterdrücken muss. Aber hat das irgendwelche Auswirkungen auf deine Konzentrationsfähigkeit? Also könntest du jetzt beim Lernen auch dieses Spray nehmen, das wäre in Ordnung? Ich würde sogar fast sagen, dass meine Konzentrationsfähigkeit dadurch besser wird, weil ohne das Spray ist die ganze Zeit wie so eine Art Hyperarousal da. Also ich nehme alles die ganze Zeit total wahr. Und wenn ich das Spray dann nehme, dann bin ich einfach mehr bei mir, würde ich sagen. Nicht mehr so zerstreut mit meiner Aufmerksamkeit. Also du brauchst absolute Ruhe eigentlich, damit du dich gut fokussieren kannst. Also auch so in der Eins-zu-eins-Situation dann mit deinen Patienten. Funktioniert das dann gut, wenn es ruhig ist? Wie? Wenn es ruhig ist. Genau. Also kann man generell sagen, wenn jetzt ruhig ist, dann kommt fast gar keine Text, wenn man jetzt beim Patienten ist und da läuft vielleicht der Fernseher gerade im Patientenzimmer. Das macht die Sache schon schwieriger, weil einfach wieder ein Reiz mehr da ist, auf den man reagieren kann und vermutlich auch wird. Aber es ist ja diese Wahrnehmung gerade von psychiatrischen, in deinem Fall natürlich neuropsychiatrischen Erkrankungen. Also wenn man... Ich wurde als Kind dreimal hochgeworfen und nur zweimal wieder aufgefangen. Grüße gehen raus, da meine Mutter. Wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Bein hinterherziehen würdest, da würde... Da wäre ich nur ein körperlicher Spastik. Da wäre es ja keine großen... Also wie erklärst du dir das, dass gerade diese Dinge dann die Menschen dann auch so provozieren, auch manche? Ich glaube gerade, was so psychiatrische Sachen angeht, wo ich das jetzt einfach mal unterordnen würde im weitesten Sinne, man sieht es nicht. Also ich sehe ja von außen quasi normal aus. Wenn ich jetzt humpeln würde, würde man sagen, okay, ist vielleicht das Bein gebrochen oder sowas. Aber eine psychiatrische Erkrankung sieht man ja so gesehen nicht und ist auch schwierig fassbar. Der Ball ist ja unfassbar. Und ich glaube, das macht es einfach für Leute manchmal schwierig. Die wollen gerne einen Grund haben und den auch sehen können. Wie machst du das in deinem privaten Umfeld? Wie ist es mit deiner Familie? Wie hat die reagiert? Ich fick dich. Also zunächst sehr besorgt, würde ich sagen. Es war natürlich gerade Sorge, da ist es was Gefährliches. Werde ich vielleicht stigmatisiert? Figmatisiert! Stigmatisiert deswegen. Entfischen, muss ich aber sagen. Also mein Freundeskreis hat sich überhaupt nicht geändert. Also jetzt hat keiner, der deswegen gesagt hat, nee, ich kann damit nicht umgehen. Also ich habe sehr viel Glück. Also sowohl meine Familie als auch mein Arbeitsumfeld als auch meine Freunde, die gehen da alle sehr, sehr gut mit um. Ich muss gestehen, dass mich das überrascht, weil ich hatte schon gedacht, dass vielleicht auch manche Menschen sich dir gegenüber verändert haben oder sich vielleicht sogar abgewendet haben. Nee, das ist glücklicherweise nicht der Fall. Das ist ein sehr großes, es spricht sehr viel für meine, für die Wahl meiner Freunde. Also das hilft dir auch. Ich fick dich. Dass die alle zu dir halten. Das macht schon stark auch. Ja, auf jeden Fall. Wenn man den Rückhalt dann noch hat, das hilft dir auch. Ja, und da kann man auch einiges aushalten, was vielleicht so mal eine Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit oder so, die auf einen zukommt. Wenn man mal einen Tick hat und dann passiert was. Ich fick dich. Ist dir ja sicher auch mal passiert. Ja, auf jeden Fall. Also gerade was dieses Nationalsozialistische oder auch Rassistische angeht, damit kann man natürlich sehr gut mal anecken. Was nochmal, ich betone es nochmal, nicht zu deinem Gedankengut gehört. Ärztin werden trotz Tourette. Geht das? Was denkt ihr? Kommentiert es gerne unter dem Video. Ja, für uns war es echt eine besondere Sendung. Ich glaube, sowohl für Stella als auch für mich super anstrengend. Und Stella musste, glaube ich, erstmal eine Runde schlafen auf dem Weg zurück im Zug. Das ganze Video gibt es übrigens in der ARD Mediathek zu sehen. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Zum Thema Tabuthemen haben wir nämlich noch die Porno-Produzentin Paulita Pappel. Findet ihr alles bei uns im Kanal.